So, wir sind jetzt im Schloss Holter, Melanie und ich, und fahren hier schön durch den Schloss Holter Wald und dann wollen wir mal gucken, was die Melanie so schönes aufbaut. Und ich filme Angie jetzt von hinten. Genau, wir wünschen viel Spaß. Tschüss. Attacke. Ja, Angie querfällt ein. Ja. 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 Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, nice. Oh, nice. So, ein bisschen hier durch den Holter Wald schüren. Wurzelpassagen neben dem Bach. Reifendruck senken und ab geht's. Wenn's nass ist, stelle ich mir das auch nicht so einfach vor. Ich fahr jetzt ohne Motorunterstützung, weil das doch recht einfach ist. Durchrollen und ab geht's. Ich hab ja auch ein bisschen Kondition schon aufgebaut an meinen Beinen. Das passt. Aber das Fahrrad lässt sich natürlich auch sehr leicht ohne Motor fahren. Gehüpft. Ach, hier hätte ich auch links fahren können. Da hab ich doch tatsächlich den schwereren Bereich genommen. Ah, dafür komm ich jetzt hier die Wurzeln nicht hoch. Okay. Dafür hätte ich jetzt den Motor gebraucht. ganz gut. Gut. Und dafür hatte ich dann keine Kraft mehr. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020